Servus, grüß dich und herzlich willkommen im Dive Wolf 20 mit mir, dem Weiberdinger 2000. Schön, dass du wieder mit dabei bist und so schaust, was ich so mache. Und ja, vom letzten Mal bin ja noch eine kurze Erklärung schuldig. Ich habe mich jetzt mal schlau gemacht, wie man denn diesen Painter auffüllt und der braucht eine ME-Jest und da steckst du das Ding einfach rein und dann noch ein Bildschirm drüber, damit man die ME-Jest auch ansprechen kann und da kannst du dann die Paintballs reintun und dann holst du das Ding hier raus und dann siehst du, der hat hier weiß und um die Farbe zu ändern, einfach Shift und mit Mausrat scrollen und dann hätten wir hier Rot und damit könnten wir, jetzt hier diese Kabels anmalen und dann würden die nicht mehr connecten. Allerdings machen wir das nicht heute, weil haben wir da ein bisschen was anderes als immer nur hier die Technik. Eins noch dazu, damit das Ding hier kein Channel braucht, sondern ein eigenständiges System ist, weil wie du siehst, ich habe hier eh schon 8 von 8 voll. Das war ja eher hier der Security, den wir noch brauchten. Habe ich hier einfach einen Quarzfiber dazwischen, das heißt, er kriegt den Strom, den er braucht, aber er hängt nicht am System. Das heißt, das Ding hier, diese zwei Einheiten, der ME-Jest und das Terminal sind eigenständig. Durch das Quarzfiber erhalten sie zwar den Strom über das ME-System, aber sie hängen nicht am ME-System. Das heißt, wenn ich jetzt da reinschaue, diese Paintballs, diese insgesamt 16 Stück, die sehe ich hier nicht. Die sind einfach nicht da. Genau. Braucht es auch nicht, weil das ist nur dafür da, um das Farbteil zu befüllen. Und du hast schon gesehen, ich habe hier schon was vorbereitet. Ich habe hier zwei Reservoirs, die ich bauen will. Und dann habe ich hier noch ein bisschen Red Coal, weil jetzt gehen wir nämlich mal in die Mana, oder besser gesagt nach Botania. Aber dazu brauche ich noch einen Mechanical... Ja, ich habe das auch geändert, dass die zwei hier nicht mehr zusammenarbeiten, weil das mich total genervt hat. Ich brauche noch einen Mechanical User. Because of Reasons. Das ist einmal ein Dropper. Und dann... Oh. Echt, ich habe keinen Hebel mehr. Oh, das ist ja aber hier. So, den braucht man nämlich auch noch. Und dann brauche ich noch einen Tank und dann ist alles gut. Oh, da habe ich noch einen. Cool. Ich hoffe, der ist leer. Ich hoffe, der ist leer. Ja, ist er. Gut. So, und das bauen wir mal Botania. Weil jetzt müssen wir mal wieder anfangen, was Gescheites zu tun. Ah, super. Gehen wir erstmal schlafen. Nicht, dass uns irgendwelche Viecher wieder stören oder so. Okay. All dieweil, ich habe mir jetzt überlegt, das mit dem Wasser machen wir nämlich anders. So, das brauche ich hier. Komm, einmal hier das. Ich habe hier so ein bisschen viel von der Red Coal gebastelt. Zwischen der und der letzten Folge noch. Einfach, ähm... Ja, weil es halt brauchbar ist, momentan. Weil ich, ja, wollte eigentlich, hm. So, einmal Wasser, nochmal Wasser und dann... Wobei, ich könnte es da reinbauen, oder? Eins, zwei... Ja, dann... Nee, machen wir anders. Das kommt da hin. So, haben wir erstmal genug davon. Machen wir hier mal schnell unsere Wasserquelle zu. So. Ich muss hier noch eins weiter hinter. Und dann bauen wir da das Reservoir hinein. Das ist kein Reservoir, das ist der Tank, der kommt hier hin. Das heißt, ich muss... Uh. Und dann bauen wir da das Reservoir hin. Äh, eins zu viel. So. Reservoir. Eine unendliche Wasserquelle für immer und ewig. Besser als Wasser. Einmal, zweimal. Der Mechanical... Nein, das ist der Tank. Sorry. Der, sag mal hier... Ähm... Du machst hier ein Input. Und nach hier einen Push. Und dann setzen wir hier unseren Mechanical User hin. Aber doch nicht so. Äh, Moment. Ich hätte dich gerne so... Vielen Dank. Und du kriegst einen Eimer. Und wir sagen einen... Ähm... Generic-Klick rechts. Halt. Und zwar den Left... Upper Left Slot Only. Und dann setzt mal das Ding hier hier hin. Und das müssen wir ihm noch sagen. Ihm müssen wir hier sagen Pull Push. Das heißt, er holt den Eimer rein. Und müsste den Eimer theoretisch auch wieder rausgeben. Macht er nicht. Warum nicht? Ähm... Sehr strange. Wollte ich nachher nochmal gucken, warum er das nicht macht. Always Active bist du doch. Und wir haben jetzt hier einen Wassereimer drin. Der hätte doch... Dann hier hingehen sollen. Und dann da rein. Und der macht dann... Oh. Der macht dann... Äh... Disable None Pull Push. Der müsste doch jetzt eigentlich hier pushen. Hmm... Sehr strange. Der hätte doch das jetzt eigentlich richtig hinkriegen müssen, dachte ich. Sehr, sehr, sehr merkwürdig gerade. Der müsste das hier raus pullen. Kümmern wir uns nachher drum. Ist jetzt nicht so wild. Ich kann es ja auch noch so machen. Momentan. Eigentlich sollte der dafür sorgen, dass der hier immer mit Wasser gefüllt ist. Warum er es gerade nicht tut, muss ich nachher mal gucken. Okay. Das dazu. Ist schön, gell. Bei mir funktioniert immer gerade das, was ich so richtig toll plane. Gar nicht. Vielleicht sollte ich es irgendwann mal echt vorab testen. Ach was. Ach was. Testen. Ist was für Anfänger. Ist so. Jetzt das brauche ich. Wo sind sie denn? Ich brauche mal die Endo Flames. Und davon basteln wir uns jetzt gleich noch mal ein paar mehr. Da brauche ich braun, braun, rot und grau. Grau. Eins, zwei, drei, vier. Machen wir mal. Braun, braun, rot. Das heißt, ich brauche acht von denen. Da wollen wir hier ein bisschen Platz machen, damit wir es sehen, was wir rausholen. Acht von denen. Braun, braun, rot und grau, haben wir gesagt. Da von vier. Und dann hier von vier. Vier. So. Dann. Bistest du nicht voll? Ach so, ich muss dich ja trocken. Braun, braun, grau, rot, zack. So, und das müsste er hier. Und das funktioniert ja leider irgendwie noch nicht so. Warum auch immer. Weil er den blöden Eimer nicht rausgibt. Keine Ahnung, was das soll. Holen wir uns halt hier mal das Wasser so. Und nochmal das Spiel. Das muss ich mir echt nochmal angucken, was das soll. Oh, vielleicht soll ich erst mal das Wasser reintun. Ach, und dann habe ich noch was vergessen. Machen wir auch gleich. Jetzt bauen wir erst mal die Endo Flames. Vielleicht tue ich erst mal immer das Wasser rein hier. So. Okay, jetzt haben wir davon sieben Stück. Die stellen wir, wo machen wir denn unsere Mana-Generation im Großen und Ganzen hin? Könnte man eigentlich hier hin bauen. Das heißt, ich stelle mal eine da hin, eine da hin. Eine da. Eine hier. Eine hier. Jetzt haben wir noch zwei. So und so. Das heißt, ich könnte eigentlich nochmal zwei bauen oder so. Ne, kommt die Stämme da hin. Da ist sie hübscher. Immer einen Abstand lassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das brauche ich eine Pressure Blade. Und dazu brauche ich ein bisschen Holz. Plank. Oh. Zwei Stück, glaube ich. Komm her da. Eine Pressure Blade. Die legen wir da hin. Dann brauche ich meinen Hopper wieder. Das Zeug habe ich da noch drinnen. Meinen Hopper. Meinen Crate. Mein Insulated Redstone. Und das brauchen wir so ein bisschen geschickter, als wie ich es das letzte Mal gemacht habe. Den brauche ich nicht. Den auch nicht. Dich brauche ich. Und wo ist mein Spreader? Da ist mein Spreader. Da brauchen wir auch erstmal nur einen. So, wenn ich den jetzt da so hinstelle, sind die natürlich alle... Ja, wo ist denn meine... Meine Rod... Bond of the Forest, meine ich. Ja, das ist es klar, weil ich hätte ich den... Was bist denn du? Bind Mode? Okay. Bind muss halt kurz selber. Hätte ich den Spreader, hätte ich den Spreader schon dort gestehen gehabt, bevor ich die Blumen hingestellt hätte, hätten sie sich automatisch auf den Spreader gemacht. So müssen wir es halt schon mit der Hand machen. Ist ja nicht so schlimm. Überleben wir ja, ne? So, dann stellen wir den Pool mal da hin. Nehmen wir dich schnell da. Dann hier das Open Crate. Und dann den Hopper da daneben. So, passt. Dann muss ich dich hier leider wegnehmen. Uh, da haben wir ja... Ah, der Hopper wieder, ne? So, machen wir es so. Da haben wir ein Loch. Ach, hm, 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 hm. Ei, wo das nur herkommt, da habe ich mein Dirt hin. Da. So, schaut besser aus, ne? Dann setzen wir das Ding hier hin. Ich brauche meine Ranch. Und dann machen wir hier mal, dass wir was ziehen. So, nach Saus weg, bitte. Äh, jetzt kriege ich es wieder nicht mehr hin. Oh, Mann, bitte. Na komm, dann mach dich nochmal weg hier. Setzen wir es halt nochmal. Also dieses System, das verstehe ich manchmal auch noch nicht so ganz. So, dann machen wir es halt erstmal so. Na, nutze mich nicht mehr. Bin auf dem Hopper drauf, ne? Jetzt dat. Nach oben, in, out, mit dem Strong-Signal meinetwegen. Und nach Saus weg. Okay, so schaut es besser aus. Jetzt brauche ich... Haha. Ähm. Mal ein bisschen von dem Zeug hier, so. Und das tun wir jetzt mal in den Hopper rein und gucken mal, was passiert. Genau, das passiert, ne? Ich sammle alles auf, wegen meinem Ring. Wie immer. Mann, Mann, Mann. So, was jetzt eigentlich passiert ist, der schmeißt es jetzt da runter. Die Endo-Flames holen das. Genau, und immer wenn der Hopper sein Signal los wird, schmeißt er eines raus. So, jetzt haben wir alle Endo-Flames schon langsam bedient. Du kommst nicht mehr hin. Das ist schlecht. Dann setzen wir dich da her. Da kommst du hin, ne? Und bist du auch noch gebunden. Ja, ist er. Okay, das heißt... So, wir produzieren Mana. Eigentlich vollautomatisch. Ja, relativ vollautomatisch. Das Problem ist, es sitzt das Ding hier noch rum und tut nichts. Und schaut dumm, ne? Und nach 5 Minuten, wie wir das ja alles kennen aus Minecraft, despawn das Teil. Und ich meine, es ist extrem teuer für das, dass es dann despawnt. Also bauen wir uns eine Hopperhawk. Eine Hopperhawk ist nichts anderes wie... Sagen wir mal eine... Ja, wie soll man das denn sagen? Eine Sammelblume, die halt alles aufsammelt. Und es ist schon wieder finster wie die Nacht hier. Gehen wir mal lieber schlafen. Bevor noch einer auf den Kopf fällt. Ich habe zwar viel ausgeleuchtet und weit ausgeleuchtet, aber äh... Da fallen gerade ein Creeper... Oh, psa. Gerade ein Creeper, den... Den brauche ich nicht unbedingt. Den, weil das dann alles wegreißt, ne? So, da, da. Na, seht ihr überall fackeln, ne? Ich habe also weit, weit ausgeleuchtet. Okay, also das hier ist das Ding. Da brauchen wir jetzt eine Hopperhawk, haben wir gesagt. Und die bauen wir aus... Kommt, bleibber stehen. Aus Grau. Grau, Grau. Leichtes Grau, leichtes Grau. Und Rune of Air. Habe ich noch eine Rune of Air? No, sir. We don't have any Runes. Die Rune of Air ist... Mana Steel, Mana Powder, String, Feder und Carpet. Feder... Oh, ah, 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 ah. So. Feder, String, Mana Steel... Das Hirn lässt nach. String, Carpet, Mana Steel und Mana Powder. String. Und Powder. Wieso habe ich eigentlich keinen Powder mehr hier? Moment, haben wir auch gleich. Ist schon schön, wenn man nicht mehr ins Haus laufen muss, ne? Gun, Powder. Das könnte ich mir eigentlich mal da lassen, gleich. Genau, so. So, okay. Inventory Management. Mana Powder, Mana Steel und die... So, da war mein Altar auch wieder. Altar. Runic Altar und noch ein Spreader und... Gut ist. So, dann setzen wir den mal hier hin. Hopps. Und den Altar hier hin. Und jetzt bist du... Äh, Quatsch. Verbunden. Ja, ist er. Gut. Das heißt, ich... Achso, da brauchen wir Mana Powder draus. Müssen wir da noch schnell machen. Ähm, wie soll ich jetzt? Eine Blume? Was habe ich jetzt da? Ah, ne, da ist es. Äh. Ach Gott. Also, das hier. Das hier. Naja, Saga, mal treffe ich da vielleicht nochmal drauf heute. Das da. Ähm. Das hier. Das hier und das hier. Dann brauchen wir einen Living Rock. Das ist kein Living Rock. Das ist alles andere. Und das war's, ne? So, oh, schon fertig. Dann Living Rock. Und raufgehauen. Da haben wir sie. Das werden wir natürlich irgendwann, irgendwann in unserem Leben auch noch automatisieren. So, dann brauchen wir eine Redstone Route. Das ist ein Stück Redstone. Haben wir nicht. Eins. Mit. Warte mal. Wir machen da mal gleich. Ah, ne, ja. Ne, brauchen wir eigentlich nur eins. Ähm, dann brauche ich eine Schere und ich brauche ein Stück Toll-Grass. Dann schreibe ich unsere Wiese hier ab. Toll-Grass oder Gras? Gras. So. Haben wir das. Einmal Gras mit... Da brauche ich einen Redstone-Ich-Held da rein. So, haben wir die hier. So, jetzt müssen wir schnell gucken nochmal. Haben wir das. Ich brauche eine Run of Air. Haben wir. Das Redstone-Route haben wir auch. Mystical Light. Zweimal. Und zweimal normales Grau. Mystical Light Grey zweimal. Und das normale Grau ist... Hier. Zweimal. Dann mein Eimerchen. Gott. Und schon ist das Graus wieder perfekt hier in meinem Inventar. So, du, du, du und du. Und du. Sonst noch irgendwas? Ja, die Redstone-Route. Und du, jetzt erpasst's. So, da, da. Und dann das hier noch rein. Eine Hopperhack. Hopper, hopper. Hopperhock. Und die setzen wir jetzt hier neben. Überall Löcher im Berg. Und die setzen wir jetzt hier hin. Das heißt nämlich, die Hopperhack zieht sich... Die schaut lustig aus. Die schaut aus wie so ein Hopper. Ja. Die holt das Ding nämlich hier wieder weg. Und das ist nur die Frage, ist das Ding schnell genug? Wahrscheinlich nicht. Aber da gibt's einen Trick. Dazu brauche ich ein Lever. Nämlich, ähm, wenn wir der Open Grey ein Signal geben, dann hält die 10 Sekunden still, bevor die rausschmeißt normal. Beziehungsweise, er nimmt nichts mehr an. Das funktioniert irgendwie. Ich fragst mich jetzt nicht genau, wie das geht. Auf jeden Fall bleibt das Ding jetzt 10 Sekunden hier liegen. Ne, buff. Bevor es die Hopperhack wiederholt. Und ja, weil können die Endoflames das locker fröhlich aufnehmen. Und hier fröhlich vor sich hinarbeiten. Das ist ja schon so eine halbe Automatisation, ne? Okay. Und wir produzieren wieder Mana. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich hab da noch mehr von dem Zeug. Das kann man gleich mal... Es ist natürlich nicht die einzige... Uaaah, von Mana zu produzieren, die wir machen. Ich brauch noch eine Blume. Weil wir schon gerade dabei sind. Ich brauch noch eine Blume. Und zwar brauch ich die... Ähm... Die Solenolia, glaube ich, ist es. Ja genau, die macht den Ring of Magnetisation kaputt. Braun, 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 rot, blau. Redstone-Root. Okay, dann möchte ich aber mindestens zwei Stück davon haben. Also brauche ich noch mal einen Redstone. Ach, weißt was. Wir brauchen das hier öfters. So, Du weg. Äh, ich muss erstmal wieder ein bisschen Du weg. Wo die immer herkamen jetzt gerade. Ähm, bum 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 bum. Sonst noch irgendwas. Die Schere kann da wieder rein. Okay, muss erstmal reichen. Gut. Ähm, nein, die Schere kann da nicht rein. Die Schere brauche ich. Ich brauche nochmal zwei Gras. Ich denke, sonst noch irgendein Gras. Somit ich nicht meine Wiese hinten nur komplett abschneiden muss. Ach komm. Wurscht eigentlich. Einmal Gras. Dreimal Gras. Ich kann ja wieder Wiese machen. So ist es ja nicht. Dann. Die zwei Redstone, die zwei Dinger. Gibt uns zwei so Wurzeln. Okay. Einmal, was war der Rest? Braun, braun. Rot und blau. Braun, braun. Wo haben wir denn braun? Das ist das da. Eins, zwei, drei, vier. Oh, da werden schlank. Sind braunen. Toll. Braun, braun. Rot, blau. Okay. Mann, Mann, Mann. Rot. Blau. Dann, nein. Ja. Dann noch zwei von denen hier. So. Und das Eimer schon nicht vergessen. So. Dala. Das da, das da, das da, das da. Und zack. Eimerchen. Desta, 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 desta. Und zweimal Blume. So. Eine Blume pflanzen wir da hin. Die braucht, braucht die Mana? Weiß ich es gar nicht. Wenn ja, wäre es ein bisschen blöd. Ja, die braucht Mana. Okay, das heißt, wir müssen noch einen Mana Pool bauen. Kleinen. Die braucht ja nicht viel Mana. So, wenn ich aber jetzt meinen Ring hinein tue. Hätte die das verhindern sollen. Hm. Sehr strange. Gerade. Was brauchst du noch, dass du das machst? Das muss ich mal schnell lesen. Die sollte das eigentlich tun. Disrupt the ring and prevent any item around it from being pulled towards it wearer of one and any ring worth wearer stand inside the radius. It does not require mana. Schön. Ich glaube, ich muss einen Mana Monokel bauen. Das muss doch eine Reichweite. Mana Monokel. Das ist das da. Ein Mana Glas. Einfach ein Glas da reingeschmissen. Das ist machbar. Ein Mana Stil und drei Ingots. Okay, bauen wir mal schnell, weil jetzt muss ich... Das gibt es ja nicht. So, erstmal ein Iron. Erstmal ein Iron. Da haben wir ja inzwischen mehr als genug. Und drei Gold Buckets. Und, ähm... Ein Glas. Glas ist ja auch nie wieder ein Problem für uns. Die braucht keinen Satz geheißen. Wieso tut das Ding es nicht? So, da, la. Mana Monokel. Oh. Klar. Was ist wieder Nacht? Schon wieder Nacht. Das muss ja jetzt gut gehen. So, da, la. Der Mana Sia Monokel, ne? Das... Tun wir jetzt mal hier rein. Und dann schauen wir mal, wie wir ausschauen. Ach, jetzt so richtig hier. Guckst du. Hello, Sir. How are you? Oh, I'm fine, thank you. So, und das sehen wir hier. Das ist die Reichweite von den Blumen. Wenn wir da drauf gehen, sehen wir die jetzt. Und du hast doch eigentlich eine relativ große, schöne Reichweite. Jetzt frage ich mich, warum du nicht funktionierst. Also wenn... Ähm, halt. Wenn ich zu nah dran stehe, natürlich, dann ziehe ich es ja so weg. Aber wenn ich jetzt meinen Magneten anziehe. Mein Magnet. Von wegen Prevent, ne? Hier, gar nichts tust du. Das finde ich jetzt irgendwie ein bisschen doof. Da muss ich doch nochmal gucken. Das ist doch aber falsch, was der da macht mit mir. So, jetzt habe ich hier dieses lustige Monokel. Das hat noch einen ganz anderen Vorder-Nachteil. Wir müssten jetzt die... Es geht erst mal schlafen. Normalerweise sieht man jetzt mit denen... Die... Die Mana-Bursts. Die sind wohl zu weit weg da hinten. Ola. Also die sieht man jetzt normalerweise auch, wenn man sie nichts... Also wenn ich es jetzt raus tue... Ist es so, ne? Jetzt gehen wir mal durch die Tür hier. Und jetzt tun wir es rein. Upsi. Und eigentlich müsste man jetzt die... Hm. Sieht man nicht? Okay. Also ich habe nichts dagegen, aber... Normalerweise müsste man jetzt die Mana-Bursts nämlich immer sehen. So, und warum jetzt die hier nicht tut? Du blöde Blume. Warum tust du nicht? Du hast doch hier so eine schöne Reichweite. Ich setze dich jetzt mal woanders hin. Und du brauchst nicht mal Mana, hat es geheißen. Ich setze dich jetzt mal da hin. So, du preventest alles das hier. Das ist doch deine Reichweite. Also wenn ich bis da hergehe. Der Ring dürfte nichts machen. Ne? Vorher hat es schon da angezogen. Jetzt scheint es besser zu funktionieren. Okay. Einfach mal da herstellen. Wenn ich hier bin. Ring tut nichts gut. Dann machen wir das nämlich noch woanders hin. Das Teil hier. Und dann ist für heute schon wieder Schluss. 30 Minuten Mana. Nein, 30 Minuten Botania. Spaß hat es gemacht. Und wir kommen da endlich mal ein Stückchen weiter. Ich brauche den Drill kurz. Nachdem das Ding nämlich jetzt echt hier. Dann setze ich dich nämlich da hin. A little earth. Haben wir hier. Und die Blume drauf. So, und die verhindert jetzt. Hier eigentlich einen schönen großen Radius. Dass wenn ich mit meinem Ring hier reingehe. Um was zu gucken. Und er droppt hier gerade das Zeug runter. Dass man das nicht mehr in die Tasche fliegt. So, das müsste so eigentlich ganz gut funktionieren. Außer mit ein bisschen. Ein bisschen grün. Im Keller. Kann ich schaden. Okay. Schön haben wir ja doch ein bisschen was geschafft. Heute bin ich ja wieder ganz happy. Ach ja. Hier übrigens. Das wird meine Schaltzentrale. Wie ich es schon mal angekündigt habe. Das habe ich da hinten einfach mal Marble rein. Damit es cooler ausschaut. Das wird so eine Art Schreibtisch. Und da kommt es im E-System an. Rauf. Hola. Oh Gott. Sehe ich mich da. Und das ist die neue Art von. Ich muss mal Stockwerk höher. Okay. Also ich habe total Spaß. So zwischen den Folgen auch mit dieser Slim. Mit der Slim Slime Sling. Ach cool. Ich kann dahergehen mit Magneten drin. Das zieht es nicht mehr raus. Es funktioniert. Ich liebe es, wenn es funktioniert. So und jetzt nehmen wir mal das Monokel wieder raus. Ja genau. Man sieht den Mana Burst jetzt nur noch so, wo er sichtbar ist. Und nicht mehr durch das Ding durch. Ja, hüpfen wir nochmal. Ich will nochmal hüpfen zum Abschluss. Hui. Ach, ich finde das so toll. Das ist so lustig. Das macht so Spaß. Ich könnte den ganzen Tag hier so rumhüpfen. Glaubst du mir das? Genau. Und als nächstes machen wir dann, werden wir versuchen in die Elfen zu gehen. Ich werde hier noch ein paar Mana Pools aufbauen. Und wir brauchen eine bessere Mana Versorgung als das hier. Das ist als Grundversorgung schon mal gar nicht verkehrt. Aber es ist auf Dauer einfach zu wenig, zu langsam. Ich habe mir da die ganze Zeit was geplant. Das wollte ich jetzt noch schnell sagen, bevor ich aufhöre. Warum ich hier so viel verzweifelt auch die Gardens gesucht habe. Und alles davon absehen, dass es auch mal wieder richtig Spaß gemacht hat. Es gibt hier eine richtig coole Blume. Die heißt... Muss ich mal schnell schauen. Die heißt... Welche ist denn das? Die tut lustig Sachen essen. Halt, da bin ich ja bei dem Falschen. Ich brauche hier eine Generating. Das ist die hier. Die Gurmarilis. Oder wie auch immer. Die tut... Die tut... Tun tut die immer gar nicht. Sind wir auch kompliziert zum Bauen? Das finde ich... Rune of Summer, Rune of Fire. Okay, dann werden wir erstmal ein paar andere Sachen noch machen. Zwischenrein. Bevor wir mit der so richtig anfangen. Genau. Und die ist... Die ist halt... Normales Essen. Und es kommt nämlich das coole. Je höherwertig das Essen ist... Das schauen wir hier mal kurz in Pams rein. Je höherwertig das Essen ist, umso mehr Mana erzeugt die. Also je mehr Keulen hier sind, umso mehr Mana gibt es. Es gibt zwei, die haben ganz viel. Das eine ist das Beef Wellington. Wo ist es denn? Und es gibt hier so einen coolen Burger. Auf jeden Fall alle Sachen, die ich gerade momentan nicht so in der Form bauen kann. Da ist Beef Wellington. Das hat neun Keulen. Und das braucht so ein Fleisch. Oder so ein Rohr. So ein Tofu-Steak. Das Dumme ist, für das Tofu-Steak braucht man Black Pepper. Das Dumme ist, Black Pepper kommt nur aus den Dingern hier raus. Aus den Peppercorns. Da hängen gerade mal vier Stück rum. Das heißt, für eine konstante Mana-Produktion kann ich Beef Wellington in seiner vegetarischen Form nicht machen. Hätte mir saugut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Geht nicht. Geht nicht. Und dann habe ich noch irgendeines gefunden gehabt. Das habe ich dann aber auch wieder verschmissen. Weil was man machen kann, ist, dass so ein, so ein, sagen wir mal auf, da hinten sind diese, da sagen wir es mal, diese Toff-Gedönse. Es gibt so ein Toff-Faken, das ist der Schinken. Also Schweinefleisch. Und da kann man dann auch so coole Sachen draus machen, da fehlt mal die Hälfte. Also, denn meine Idee war ja, mit denen hier dann so richtig groß in die Mana-Produktion einzusteigen. Und zwar vegetarisch. Das hätte mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, ist es nicht. Ist leider gar nicht. Es gibt da so einen coolen Hamburger, so einen Cheeseburger. Wie schreibe ich den Cheeseburger? Den Bacon-Cheeseburger ist es, oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und mit dem kann man nämlich dann einen Bacon-Mashroom-Burger draus machen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Der ist fast perfekt, ne, mit acht. Das Problem ist aber auch, diese Cheeseburger mit dem Hamburger braucht was? Beef. Ganz genau. Wo kommt Beef her? Von der Kuh. Es tut mir leid, aber wir müssen irgendwann ins große Kühe schlachten gehen. Wir fehlen allerdings nicht jetzt, weil da fehlen wir ein paar Mods. Nein, also mir fehlen die Mods nicht, aber mir fehlen ein paar Voraussetzungen, um das im großen Stile hinzukriegen. Da werden wir dran arbeiten. Inzwischen werden wir halt entweder mit billigerem Food das schon mal in Gang bringen, das Ganze, weil das, glaube ich, eine ganz coole Geschichte ist. Besser als hier mit dem Kohlegedöns. Wobei das auch mal ganz gut läuft hier momentan. Ich bin schon mal ganz zufrieden. Wir haben konstanten Mana-Produktion wieder. Wir fangen an mit Botania so richtig groß. Da gibt es ein paar coole Sachen. Das Erste, was wir machen werden, ist, wir automatisieren, dass wir hier immer 64 Stück von den Teilen da haben. Das waren wir als allererstes. Da müssten wir auch mit dem bisschen Mana auskommen, was wir schon haben. Weil das ist ein lästiges Geschäft. Das soll so gefüllt sein einfach immer. Das heißt, die Dinger kriegen noch ein Upgrade rein. Also ein Downgrade. 64 Petals pro Ding reichen vollkommen. Und das bauen wir dann mal richtig schön auf. Und das werden wir vielleicht in der nächsten oder übernächsten Folge machen. Mal gucken, was in der nächsten Saison dazwischen kommt. So, und das habe ich mich festgebabbelt. Voltischnett, sorry für das. Nein, ich weiß, ihr hört es mich ja gerne babbeln, sonst würde es mich ja nicht angucken. Jo, dann hoffe ich, hat es dir gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich freuen, wenn du beim nächsten Mal einfach wieder mit dabei bist. Und bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao und servus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.